Wer sich in letzter Zeit gedacht hat, ganz schön ruhig hier geworden auf dem Kanal, was macht er, kommt überhaupt noch was, dem möchte ich hier mal vorstellen, woran ich gerade arbeite, das ist eine umfassende Animation des Oberursel Umlaufmotors, und zwar des UR2, so wie er im Fokker DA1 verbaut war. Das Ziel dabei ist, die ganzen Mechaniken mal zu erklären und einfach mal zu zeigen, was rotiert, was ist miteinander verschraubt, was ist feststehend, was ist gelagert, um das Prinzip des Motors einfach mal zu verstehen, weil die Umlaufmotoren sind von der Mechanik her sehr komplex, und teilweise sieht man auch einzelne Elemente nicht sehr deutlich, aber ohne das würde es nicht funktionieren, und das möchte ich in diesen Animationen darstellen, sodass man das Funktionsprinzip dieses Motors wirklich mal anschaulich vor Augen hat, um das zu verstehen, wie halt dieser Motor funktioniert hat. Ja, da arbeite ich gerade dran, das dauert, das frisst Zeit, aber es lohnt sich. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Movie, tschüss.